Heute, willkommen zur Opening-Ball. Sieht eigentlich ganz schick aus heute für den Handelsstart in den USA. Jetzt schauen wir erstmal, wie der Handelsverlauf in Deutschland ist. Patrick DeWayne, dir erstmal einen schönen guten Tag. Tja, so. Der DAX hat stark angefangen und dann hat er auch wieder nachgelassen, obwohl doch eigentlich jetzt so die Vorgaben gar nicht schlecht waren. Was ist passiert? Ja, morgen Stanley und schönen guten Mittag, lieber Martin, nach Kulmbach. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ist aber auch relativ leicht zu beantworten heute. Denn heute Morgen haben wir erstmal den Schwung mitgenommen, den wir sowohl von den internationalen asiatischen Börsenmärkten gesehen hatten, bei Nikke Hang Seng und Schengel Composite und auch von der letztwöchigen Performance der Wall Street, wo ja die grünen Vorzeichen die vorherrschenden gewesen sind. Und dann gab es aber um 9.30 Uhr Market, also die Einkaufsmanager-Daten. Und die waren zwar immer noch ziemlich gut und die Dynamik des Wachstums ist auch nach wie vor vorhanden. Aber in Deutschland, im Speziellen in der Industrie, sind sie dann doch deutlich schwächer ausgefallen, als zumindest jetzt für den Moment mal erwartet worden waren. Du kennst ja die Gründe, wir besprechen die ja hier auch regelmäßig. Das ist der Chipmangel, das sind die Schwierigkeiten bei den Lieferketten, aber auch die gestiegenen Kosten im Allgemeinen. Und das drückt so ein bisschen dann auf die Stimmung, wenn gleich das wirklich ein bisschen ist. Und wenn wir überlegen, im letzten Monat gab es ja dieses 23-Jahres-Hoch beim Market-Einkaufsmanager-Index, also den höchsten Stand seit 1998 im Ganzen, seitdem das Ganze erhoben wird. Und in diesem Fahrwasser sind wir im Grunde auch immer noch unterwegs und auch die Dienstleistungssektoren sind nach wie vor intakt. Der DAX hat heute Morgen 15.930 Punkte draus gemacht. Aktuell ist er mit 15.834 Zählern zumindest noch 0,2 Prozent im Plus. Und wir müssen jetzt einfach mal gucken, was diese Woche, und du wirst darauf wahrscheinlich auch gleich sprechen, in Schöcksen-Hohl rauskommt, was die Notenbänker da besprechen, ob es denn weitergeht mit der lockeren Geldpolitik. Gründe gibt es ja schon. Ich meine die Inzidenzen, der Delta-Variante, die Amerikaner sind genauso wenig vollgeimpft wie wir. Das muss man jetzt einfach mal abwarten und gucken, auch in Sachen China. Da gibt es ja auch immer wieder Störfeuer. Oder wie schätzt du das? Ja, ein schöner Übergang. Ja, das Störfeuer ist auf jeden Fall noch da. Das wird uns auch noch jede Menge, also das wird uns wirklich noch lange begleiten werden. Aber gut, wir machen ja momentan das Beste draus. Und wir brauchen uns ja wirklich nicht beklagen. Du bleib gesund. Stelg mir niemanden an. Mach ich. Schönen Tag noch nach Frankfurt. Und wir schauen uns jetzt mal an, was denn die Amerikaner so drauf haben. Alter, sieht gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, Jackson Hole. Da wird dann eigentlich die Geldpolitik eben nicht festgelegt. Man wird darüber debattieren. Man wird natürlich über mögliche Alternativen sprechen. Aber jetzt ernsthaft, welche Alternativen gibt es denn? Wenn die Inzidenzzahlen nach oben gehen, geht es darum, zu verhindern, dass sie Durchschläge in die Lieferketten bekommen. Dass die Wirtschaft funktioniert. Das ist ja das Wichtigste, dass wir es irgendwie jetzt gebacken bekommen, dass die Wirtschaft trotz der neuen Erkrankungsfälle und trotz der Sterbefälle weiterhin funktioniert. Und dass hier eben die Ausfälle eben so gering als möglich gehalten werden. Das ist das, was momentan die Notenbanken machen, indem sie auch das Geld immer weiter in die Märkte reinpumpen, um dann natürlich auch damit erstmal zu signalisieren, ja, wir sind da. Und wir werden euch weiterhin auch zur Seite stehen. Wir werden das Ganze auch am Laufen halten. Und weil es teilweise eben auch nötig ist. So, und jetzt schauen wir mal. Dow Future plus 0,5 Prozent, S&P 04 und die Techs haben sich jetzt etwas abgekühlt, aber die laufen ja eigentlich seit Monaten viel besser, als man sich das je hätte erwarten und vielleicht sogar erträumen können. Boeing, die sind jetzt mal mit einer positiven Nachricht dran. Ich hatte sie ja heute Morgen mit dabei, eine Top-Verlierer in der vergangenen Woche aus verschiedenen Gründen, hatte ich schon alles genannt. Jetzt gibt es die Nachricht, dass man sich an einem Speck beteiligen wird, also an einem Merger, der über eine Mantelgesellschaft läuft, hatten wir schon mehrfach das Thema hier. Und das Interessante ist daran, wer diesen Speck initiiert. Das ist nämlich Virgin Orbit und dahinter steckt ja Richard Branson, der auch Virgin Galactic hat und Virgin Records und ganz viele Sachen, die da jungfräulich sind. Und auf jeden Fall, Richard Branson ist jetzt derjenige, der dann sagt, okay, dann jetzt mit Satelliten die ganze Veranstaltung. Der ist übrigens nicht der Einzige. Also bei Blue Origin plant man ja ähnliche Dinge, auch mit Satelliten. Von daher jetzt vielleicht auch nur so ein bisschen so eine MeToo-Geschichte, dass man da ebenfalls auf dieses Brett mit drauf springt und die Welle eben Dreitenwelle. Und Boeing hat sich da jetzt, wie gesagt, investiert oder hat sich eingekauft in diesen Speck-Deal. Die Aktie vorbörsig etwa ein Prozent, aber das ist jetzt nichts, also nach oben. Aber das ist jetzt nichts, was mich insgesamt, wenn ich mir die Futures anschaue, irgendwie davon überzeugen würde, dass da jetzt alles vom Tisch ist. Es ist eine nette Nachricht, ja, mal was Positives. Es gibt negative Nachrichten, den Konzern betreffend genügend. Also von daher jetzt vielleicht mal so ein bisschen Entlastung für die Anleger. Ich bin nach wie vor der Meinung, wenn sie in dem Bereich tätig werden wollen als Anleger, holen sie sich eine Airbus. Oder von mir aus auch eine MTU. Bitcoin, da läuft, Sie sehen, höchster Stand seit Mai mittlerweile weiterhin ganz gut. Das Nachrichtenumfeld PayPal hat jetzt mitgeteilt, dass man mit dem ersten Markt außerhalb des Heimatmarktes USA ebenfalls den Handel und das Verwahren von Kryptowährungen auf der eigenen Plattform genehmigen wird. Und wie gesagt, diesmal ist es eben Großbritannien und das treibt so ein bisschen die Kurse weiter an. Aber insgesamt sieht es doch jetzt sehr flockig aus. Hat gar nicht so sehr da mehr zu einem Rebound geführt, wie man das vielleicht hätte denken können. Jetzt sind wir über der 50.000. Ganz interessant immer, was diese Währung übers Wochenende macht. Das finde ich immer sehr spannend. Dann kommt man montags wieder zur Arbeit und dann sieht man, oh, die haben sogar ganz schön bewegt und in dem Fall diesmal nach oben. Und klar, wenn der Bitcoin nach oben läuft, dann muss man als Anleger sofort natürlich einen Schritt weiter denken. Aha, okay, Coinbase in dem Fall, MicroStrategy, die sind vorbörslich jetzt auch. Das sind die Kurse, das sind jetzt die Schlusskurse vom Freitag. Aber da geht es vorbörslich weiter nach oben und ebenfalls für MicroStrategy, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte in Bitcoin investiert haben und davon jetzt natürlich profitiert. Das ist mal günstiges Timing gewesen. Also nicht, dass BioNTech irgendwas dafür könnte. Aber es gab ja, habe ich heute Morgen mit dabei gehabt, es gab ja von Seiten amerikanischer Gesundheitsexperten jetzt so die Einstrengung. Mensch, brauchen wir überhaupt die Auffrischungsimpfung? Das ist doch eigentlich viel zu schnell. Da seid ihr vorangeprescht von Seiten der Regierung und das wäre eigentlich vielleicht gar nicht nötig. So, und das hätte natürlich normalerweise dazu geführt, dass heute vielleicht eher ein schwächerer Tag gewesen wäre. Wäre dann nicht Folgendes passiert. Die FDA hat gesagt, naja, also beziehungsweise Wall Street Journal hat geschrieben, dass die FDA heute noch tatsächlich grünes Licht für den Impfstoff geben könnte. Bislang funktioniert das Ganze unter einer Notfallverordnung und dann in diesem Fall wäre praktisch, ich will nicht sagen der legale Weg, es ist ja vorher auch legal gewesen, aber es wäre der normale Weg einer Freigabe. Es wäre dann wirklich das ganz, ganz grüne Licht. Und man hatte ja darauf hingedrängt, auch um Impfskeptiker davon zu überzeugen, dass die Impfstoffe eben sicher sind. Denn unter anderem wurde von denen das Argument immer hergenommen, dass sie gesagt haben, ja, wir wissen ja nicht und die FDA scheint ja auch nicht so sicher zu sein hinsichtlich der Sicherheit. Denn ansonsten wäre es ja mehr als nur eine Notfallverordnung. Ansonsten wäre ja hier ein ganz normales grünes Licht und eine ganz normale Zulassung längst erfolgt. Also von daher, das ist so ein bisschen der Zusammenhang gewesen. Und davon dürfen Biontech und Pfizer und Moderna heute sicherlich profitieren. Für Biontech geht es vorbörsig 7 Prozent nach oben. Pfizer dürfte ebenfalls nach oben laufen. Bei Uber geht es genau in die andere Richtung und da sehen wir schon vorbörsig ein Minus von etwa, naja, 4,5 Prozent, nachdem ein kalifornischer Richter gesagt hat, dass dieses Gig-Working-Modell, also diese Gig-Arbeit, die eigentlich die Fahrer von Uber und von Lyft als Selbstständige betrachtet, dass das verfassungswidrig ist. Und ich halte von diesen Plattformgeschäften ohnehin wenig. Ich sage es vor allen Dingen, es funktioniert über die Ausbeutung der, in dem Fall eben der Fahrer. Uber selber hat ja recht deutlich gemacht, was man, wie man wohl reagieren würde, wenn alle Gerichte letztendlich urteilen, dass sie die Fahrer als Arbeitnehmer, also als Angestellte führen müssten. Dann würden so und so viele Hunderttausende, vielleicht sogar mehr als eine Million Jobs würden wegfallen, weil sich der Konzern das gar nicht leisten könnte. Aber wenn der Konzern das doch sagt, dann muss doch jedem anderen klar sein, auf was für wackeligen Beinen so ein Geschäftsmodell steht und dass das nichts ist, um sein Geld zu investieren. Ich weiß nicht, wo da der Sex drin liegen soll. Also da gibt es sicherlich bessere Geschichten und nicht die, dass irgendwo die Leute 20 Stunden am Tag arbeiten müssen, um gerade so über die Runden zu kommen. Und es gibt genügend dieser Geschichten, wo es genau eben darauf hinausläuft. Aber ich will mich nicht aufregen, ich sage nur, der kalifornische Richter hat das jetzt erstmal als verfassungswidrig eingestuft und natürlich haben die Unternehmen jetzt ihrerseits schon wieder Revisionen angekündigt. Also von daher, das ist eine never ending story, belastet aber jetzt den Aktienkurs erstmal und bei Lyft mehr oder weniger dasselbe. Und ich glaube bei DoorDash war es auch noch so. PayPal, da hatte ich ja gerade gesagt, die werden jetzt in Großbritannien ebenfalls Kauf, Verkauf und Verwarnung von Kryptowährungen erlauben. Das ist die erste Expansion des Geschäftsmodells, muss man mal abwarten. Aber es ist natürlich prinzipiell gut für das Unternehmen und gut für das Image dann auch gerade, dass sich PayPal hier tatsächlich darstellen kann als jugendlich. Flott will ich nicht sagen, ja, das klingt immer so, als wenn Opa aus dem Krieg erzählt. Aber nein, es klingt natürlich, es gibt der ganzen Sache einen frischen Anstrich und natürlich auch einen zukunftsorientierten. Und das ist natürlich wichtig für ein Unternehmen, dass man hier tatsächlich dann auch die unteren Zielgruppen ansprechen kann. Also die jüngeren Zielgruppen nicht, die unteren, um Gottes Willen. JD.com, Bombenzahlen. Also eigentlich genau das, was wir erwartet hatten. Es war ein tolles Quartal. Sie haben natürlich ihre Schnäppchensause gehabt. Der 18.06. ist ja bekannt, dass es so der Single-Stay, den JD.com erfunden hat. Und alle kapern ja gegenseitig die Events der Konkurrenz. Aber nichtsdestotrotz haben die toll verdient. In einem Jahr hat die Plattform 114 Millionen aktive, also jährlich aktive Kunden hinzugewonnen. 114 Millionen. Das ist natürlich jetzt erstmal ein toller Wert per se. Aber er hat auch dazu geführt, dass die Umsätze kräftig gestiegen sind. Nämlich so um knapp 25 Prozent die ganze Geschichte. Der Gewinn über den Erwartungen, deutlich. 25 Prozent über den Erwartungen. Und es sieht gut aus. Was macht die Aktie vorbürstig? 0,5 Prozent im Minus vorhin gewesen. Ist so. Frustrierend. Ja. Wird auch wieder bessere Zeiten geben. Bei NetEase. Tja. Unter die 100 gefallen. Damit war die Sache eigentlich erledigt. Schnell wieder drüber gestiegen. Eine schöne Bullenfalle eigentlich gewesen. Hier dieser Sprung. Hätte man natürlich auch denken können. Ah, klasse. Das war jetzt nur ganz kurz, um die ganzen zittrigen Hände aus dem Markt zu spülen. Nein, es ging danach direkt wieder drunter. Weshalb, weil das Montan ein bisschen unglücklich ist von der Zusammensetzung der Geschäfte. NetEase ist natürlich Online Gaming, NetEase ist aber auch Musik Streaming, NetEase ist aber auch Online Nachhilfe. Das sind natürlich gleich die drei beliebtesten Bereiche momentan, wenn es um die Regulierer geht in Peking und deshalb ist die Aktie massiv unter Druck. Nichtsdestotrotz steht jetzt hier tatsächlich ein sehr interessantes Release von einem Spiel bevor, das wir dann im kommenden Monat sehen werden. Und vielleicht hat das wirklich mal das Zeug hier, die ganze Sache ein wenig aufzupeppen und vielleicht sogar so eine Art Trendwende einzuleiten. Und wenn nicht das, wenigstens hier unten die Bremse irgendwo reinzuwerfen, reinzuhauen. Denn das Spiel, das da kommt, wird wirklich von den Fans heiß herbeigesehnt. Mit Spannung herbeigesehnt. Und was es damit ausgekommt, können Sie dann auf dem Aktionär lesen. Schreibe ich nämlich gerade drüber, will ich jetzt gar nicht so viel drüber verraten. So, sieht ja eigentlich ganz schick aus für den Handelsstart. Hoffen wir mal, dass ich das Ganze durchsetzen kann. Und dass wir das bis zum Handelsende weiter sehen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir aus Jackson Hole irgendetwas großartig Negatives für die Märkte zu erwarten haben. Weil bisher haben das die Notenbanken eigentlich sehr ruhig gemacht und mit sehr kontrollierten Geldgaben. Also man wird sehr vorsichtig sein, wenn man da die Stellschrauben ändert, um die Wirtschaft nicht zu verunsichern, die Anleger nicht zu verunsichern. Und von daher, wie gesagt, bin ich eigentlich verhalten zuversichtlich. Aber das bin ich ja fast immer. Also, wir sehen uns wieder morgen mit den Märkten am Morgen. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss. Tschüss.